Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Leben gesegnet ist? Ja? Ja, woran machen Sie das fest? Nein, eher nicht. Fehlt in Ihrem Leben etwas oder ist es eher im Gegenteil von einer Art Fluch belastet, der in Ihrem Leben wirksam ist? Oder können Sie mit diesem Begriff, mit diesem Begriff Segen überhaupt irgendetwas anfangen? Haben Sie noch nie erlebt, dass irgendetwas in Ihrem Leben wie gesegnet verlaufen ist? In der Perspektive Gottes spielt Segen eine große, eine sehr große Rolle. An einem Beispiel können wir uns das jetzt einmal genauer betrachten. Im vierten Buch Mose. Mose, im Kapitel 6, Abvers 22. Da steht Folgendes. Und der Herr redete mit Mose und sprach. Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich. So sollt Ihr sagen zu den Israeliten, wenn Ihr sie segnet. Der Herr segne Dich und behüte Dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir und sei Dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über Dich und gebe Dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Das ist eine Stelle im Alten Testament, also auch in der Bibel der Israeliten. Die sehr hoch gehalten wird. Das wird der Aaronitische Segen genannt, weil Gott Mose den Befehl gab, das an Aaron weiterzugeben. Aaron, das ist der ältere Bruder von Mose. Und er und seine Nachkommen, also seine Söhne und all diejenigen, die weiterhin dieses Amt haben, nämlich das Amt des Hohen Priesters, sie sollen das Volk auf diese Art und Weise segnen. Bei Festen beispielsweise, aber letztendlich auch bei all den Opfern. Ja, und zu welchem Zweck? Ja, offensichtlich hat dieser Segen eine andere Bedeutung als so das Übliche. Das Segnen ist eine Angelegenheit, die jeder machen kann. Die Eltern können ihre Kinder segnen, die Kinder können ihre Eltern segnen. Sich wechselseitig segnen oder den Segen zuzusprechen, das ist eigentlich nichts Besonderes. Aber Aaron hatte nun eine besondere Aufgabe. Ursprünglich ist er ja Mose mitgegeben worden, weil der hat so gesagt, ich kann das alles nicht, was Gott von mir fordert und ich habe da Sprachprobleme. Wir wissen nicht genau warum, ob er nur gehemmt war, ob er gestottert hat oder was auch immer. Jedenfalls Aaron ist ihm zur Seite gegeben worden und er hat jetzt die Aufgabe des Hohen Priesters. Ein Hohen Priester oder überhaupt Priester, das sind die Vermittler, die also zwischen dem Volk und Gott vermitteln sollen. Und Aaron ist sozusagen der Erzvater dieses künftigen Priestergeschlechtes. Was ist jetzt das Besondere an diesem Segen? Man muss sich klar machen, dass dieser Segen tatsächlich sehr hoch geachtet wurde. Also diese Formulierung auch in dem Mosebuch. Denn später nach der Zerstörung des Tempels konnte er nicht mehr im Tempel gesprochen werden. Wann haben die Rabbis das in den Synagogen gesprochen? In der urchristlichen Gemeinde wurde dieser Segen eigentlich erst einmal kaum verwendet, vereinzelt im Mittelalter. Und erst Luther hat ihn dann wieder als Abschluss der Liturgie eingeführt und empfohlen. Calvin hat das übernommen, steht ja in der Bibel. Und ab dem Zweiten Vatikanischen Konzil, in dem ja auch deutschsprachige Gottesdienste zugelassen wurden, dann wurde dieser Segen auch als eine Variante des Abschlusssegens für die römisch-katholische Kirche angenommen. Interessant ist ja, dass dieser Segen eine Du-Form hat. Also es werden Einzelne angesprochen. In der evangelischen Kirche sprechen meistens nur die Ordinierten, also Prediger, Pfarrer oder so etwas, diese direkte Du-Form mit der entsprechenden Segensgeste. Aber in der Uns-Form kann das jeder sprechen und wird auch häufig gemacht als Abschluss von Andachten, dass man gemeinsam zum Beispiel diese Segensformeln für uns jeweils spricht. Das Entscheidende bei diesem Segen ist nämlich, dass er nicht von den Priestern, nicht von den Pfarrern, nicht von den Predigern, ja, als Segensgebende gegeben wird, sondern sie sind immer nur Vermittler. Es ist auch kein Segen der Kirche oder so etwas, im Sinne dessen, dass da jetzt eine hohe Institution oder ein hoher Würdenträger jetzt seinen ganz besonderen Segen spendet. Nein, es ist ganz explizit und zwar wirklich ganz radikal, nur in Anführungszeichen der Segen Gottes. Und der Segen Gottes wird durch den Segenshandelnden oder Segensaussprechenden nur vermittelt. Und vermittelt heißt, er wird wirksam zugesprochen. Ja, da heißt das dann immer, der Herr, der Herr segne dich. Der Herr heißt eigentlich im Original J-H-W-H, also Jachwe oder wie auch immer es ausgesprochen wird. Es ist also der persönliche Name Gottes. Und das heißt nicht Funktionsname. Also der Funktionsname Gottes ist Gott. Gott ist so ähnlich wie Chef, Generaldirektor, also der Oberste, der Oberen. Das ist eine Funktionszuordnung. Aber der Name, der Name ist was anderes. Der Name drückt immer das Wesen aus. Und Gott hat vermittelt, dass er einen Namen hat, dass er ein innerstes Wesen hat. Ich bin, der ich bin. Oder man kann es auch ganz anders formulieren. Ich bin für euch da. Dieser Name ist der Ausdruck der persönlichsten Liebe. Und hier geht es darum, das ist sozusagen der letzte Satz, dass der Name des Gottes auf das Volk gelegt wird. Was heißt das denn? Es geht darum, dass dieser Name, der eigentlich im Innersten pure Liebe heißt, dass er erinnert wird, dass er, wenn er dem Volk zugesprochen wird, auf das Volk geliebt wird, gelebt wird und gelegt wird und geliebt wird, dass dieser Name selber daran erinnern soll, dass jetzt die Liebe Gottes auf sie gelegt wird, dass eine Liebe wirksam gemacht wird gegenüber dem Volk, das sein Eigentum ist. Und wenn man sich mal die Segensformel genau anschaut, ist das keine Aufforderung. Das heißt nicht, hey Gott, tue das. Das ist auch keine Bitte. Bitte, lieber Gott, mach das. Nein, die Formel ist ganz anders. Er tue es. Und zwar jetzt, in diesem Augenblick. Das ist so, als ob Gott nur darauf warten würde, dass jetzt die Schleusen dieses Segens geöffnet werden und dass er gar nicht gebeten werden muss. Der Vermittler macht nur die Schleusen auf. Mehr macht er gar nicht. Und dann, dann entsteht die Formulierung in Du. Das heißt, der Einzelne ist jetzt nicht Teil einer Masse oder Teil eines Volkes oder Teil einer Gruppe oder einer Gemeinde, sondern jeder Einzelne ist urpersönlich angesprochen. Er ist gemeint. Er ist gesehen. Keiner geht da in irgendeinem Kollektiv unter. Ja, dieser eigentlich beeindruckende Segen hat sogar eine innere Form, die sich steigert. Er ist dreiteilig. Und er steigert sich oder er vertieft sich jeweilig. Deswegen schauen wir uns jetzt mal die einzelnen Abschnitte an. Also, wiederhol noch mal, da geht es im ersten Teil um Segnen und Behüten. Im zweiten Teil geht es um das leuchtende Angesicht und der Gnade. Und dann geht es um ein erhobenes Angesicht und dem Frieden. Das sind die drei Teile. Fangen wir mal an mit Segnen. Der Segen segnet. Naja, was ist Segen? Segen ist eine letztendlich wirksame Kraft, die das Leben entfalten soll. Die Lebenskraft, die Lebenswirklichkeit, das lebendige Sein zur Entfaltung bringen. Also ist Segen etwas, was Wachstum möglich macht. Jeder Gärtner weiß, nach einer Trockenperiode, was dann der Segen ist. Wenn der Regen kommt, das ist der Segen für die Pflanzen. Es ist insofern auch immer mit Fruchtbarkeit verbunden. Und nicht umsonst ist der Segen Gottes bei den Israeliten immer zum Ausdruck gekommen durch die Kinder, die man dann in dem Fall bekommt. Oder wenn der Segen erbeten wird, aber nicht kommt, die Kinderlosigkeit. Also eigentlich ist es das Glück, das aus dem inneren Wachstum des Lebens entsteht, eigentlich eine Seligkeit. Ist immer verbunden mit Fülle. Wenn der Regen kommt und es wächst und blüht und gedeiht, das ist Fülle. Und insofern kann man an der Natur sehen, was Segen eigentlich ist und wie Segen gemeint ist. Aber wir wissen auch, dass das, was gesegnet ist und damit wächst, auch gleichzeitig immer gefährdet ist. Also gehört zum Segen grundsätzlich, wenn er wirksam werden soll, auch das Behüten dazu. Und das Behüten heißt beschützen, bewahren. Dem, was an Lebendigkeit entsteht, so etwas wie eine Sicherheit und Geborgenheit geben. Ja, und diese Hirtenfunktion, das ist ja genau das, was Gott sich auch immer wieder zugesprochen hat. Ich bin euer guter Hirte. Und wir kennen den einen, der dann von sich gesagt hat, ich bin jetzt hier auf dieser Erde für euch wirksam der gute Hirte. Das heißt behüten, leiten, führen. Das, was lebt, die Herde. Dorthin führen, zum frischen Wasser, zu dem Grün, also zu all dem, was das Leben überhaupt erst möglich macht. Also, das ist die Basis. Das Leben fördern und bewahren. Das ist sozusagen die Grundliebe Gottes, könnte man sagen. Denn schließlich lässt er es regnen oder auch die Sonne scheinen, sowohl über Gerechte als auch Ungerechte. Gleichermaßen hat Jesus ja deutlich gesagt. Dieser Segen, der gibt allen eine Chance, sich in irgendeiner Form zu entfalten. Und jetzt kommt die nächste Stufe, darauf aufbauend. Da wird jetzt in den nächsten beiden Stufen vom Angesicht Gottes gesprochen. Eine interessante Formulierung, denn sie hat nichts anderes zum Inhalt als Gott hat ein Gesicht. Was ist denn Gesicht? Ich weiß nicht, wie Sie sich jetzt Gott vorstellen, aber stellen Sie ihn sich mit Gesicht vor? Naja, vielleicht dieses seltsame Bild da mit, auf der Wolke da mit langem weißem Bart oder so. Jedenfalls mit Sicherheit ist das nicht sein Gesicht. Aber Gesicht, was ist das? Das ist die Ebene der persönlichen Begegnung. Denn wenn wir als Menschen uns begegnen, schauen wir uns immer erst einmal in das Gesicht. Hier findet der elementare Austausch der Personen statt. Hier lernt man sich kennen. Hier lernt man die Gefühle und den Ausdruck des Anderen in die Kommunikation mit hineinzunehmen, aufeinander zu reagieren. Das ist ja die Grundlage der Kommunikation. Man wendet sich zu. Man nimmt sich wahr. Man erlebt die innersten Regungen des Anderen. Man bringt sich zum Ausdruck. Man vermittelt sich. Das ist von Angesicht zu Angesicht. Und wenn Gott ein Angesicht hat, dann heißt das, dass er eine Ebene der Begegnung zu den Menschen hat. Da, wo er sich ihnen persönlich zuwendet. Und jetzt wird dieses Angesicht erst einmal gekennzeichnet. Das leuchtende Angesicht. Das leuchtende Angesicht Gottes. Ja, man hört diesen Segen ja sehr häufig in evangelischen Gottesdiensten zum Schluss. Ich habe ihn selber auch sehr häufig gesprochen. Ja, und dann leuchtet das Angesicht. Fällt niemandem auf, dass das etwas komisches ist, ein Gott mit leuchtendem Angesicht? Naja, eigentlich ist das gar nicht komisch. Denn ein Angesicht, das leuchtet, das ist nichts anderes als der Ausdruck von Freude. Von tiefem Wohlwollen. Von Zuwendung. Ich denke, jeder von uns hätte lieber bei anderen ein leuchtendes Angesicht, anstatt ein finsteres Angesicht. Ja, das helle, leuchtende Angesicht ist das Gegenteil von finster. Aber Freude, worüber? Ja, schon allein an der Existenz des Gegenübers. Eine Freude an dem Leben, an der Lebendigkeit. Eine Freude an dieser Eigenständigkeit. Eine Freude an der Lebensfreude derer, die man liebt. Und an deren dankbarem Lebensgenuss. Es ist einfach für Eltern, sich das vorzustellen. Wenn sie sich am Spiel der Kinder erfreuen, dann leuchtet ihr Gesicht. Weil das ist eine Freude an der Lebendigkeit. Und das heißt, dass er jetzt mit freudigem Gesicht uns anschaut und begleitet. Jetzt gibt es aber ein Problem. Ein eigenständiges Leben, wenn es wirklich eigenständig ist, ist auch irgendwie eigenwillig. Es erzeugt also so etwas wie Fehler, Probleme, Reibungen. Eltern wissen, wovon ich jetzt hier rede. Das heißt also, ganz von Natur aus ist eigenständiges Leben immer mit Problemen behaftet. Und deshalb muss, wenn jemand tatsächlich mit einem freudigen, begleitenden, wohlwollenden Gesicht diejenigen begleitet, die leben, also wahre elterliche Freude haben, die müssen zugleich gnädig sein. Gnädig heißt nachsichtig, verzeihend, geduldig, helfend, fördernd, gütig oder mild. Alles das ist notwendig. Denn wenn ich jeden Fehler von denen, die eigenständig leben, gleich massiv bekrittle und gleich korrigieren will, dann entfaltet sich das Leben nicht. Also, das heißt, diese Freude ist verbunden mit der Gnade und gnädig zu sein. Das hat Gott, als Mose einmal wollte, dass er die Herrlichkeit Gottes sieht und Gott grundsätzlich darauf eingegangen ist, indem er an ihm vorübergezogen hat und dabei auch Mose abgedeckt hat, damit er sozusagen nicht vergeht. Aber er hat dann seinen Namen noch einmal aufgerufen. Und in diesem Namen ist das Wesentliche, gnädig zu sein. Das ist sein Name. Liebe ist im Innersten unendlich gnädig. Und dieser Begriff gnädig kommt, wenn es darum geht, Gott zu beschreiben, in dem Psalm oder wo auch immer, immer wieder vor, der gnädige Gott, derjenige, der seine Kinder mit Freude ansieht. Ja, jetzt kommt die dritte Stufe sozusagen, die Krönung dieses Segens. Wir haben es wieder mit einem Angesicht zu tun. Jetzt wird dieses Angesicht aber gehoben. Ein gehobenes Angesicht. Was ist denn damit gemeint? Ja, dieses gehobene Angesicht oder dieses sich hebende Angesicht ist das Gegenteil dessen, was man formale Gerechtigkeit nennen könnte. Die formale Gerechtigkeit heißt ohne Ansehen der Person. Da geht es nicht darum, wie der Betreffende im Einzelnen ist und wer er ist, sondern was hat er gemacht, welche Konsequenzen hat das. Das ist ohne Ansehen der Person. Da werden nur die Taten beurteilt. Und ein gesenktes Angesicht, das wissen wir auch, das ist typisch für Enttäuschung. Ja, ich mag den gar nicht mehr sehen. Ich bin zutiefst enttäuscht. Ja, und das abgewandte Angesicht, das ist die Trennung. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Wenn Gott sein Angesicht abwendet, ist das für uns der faktische Tod. Also sein Angesicht zu heben, das heißt, ich sehe dich jetzt ganz persönlich an. Ich berücksichtige dein Allerinnerstes. Ich achte auf jede Regung von dir, auf jede Angst, auf jedes Bedürfnis. Ich will ganz innig bei dir sein. Ich will berücksichtigen, alles berücksichtigen, was du brauchst. Ich will ganz und gar an deiner Seite stehen, dir innig zugewandt sein, so als ob es nur noch dich auf der Welt gäbe. Das ist also die totale Zuwendung. Wenn er sein Angesicht uns zuwendet, das ist diese Form von innerster Innigkeit. Und dann heißt es jetzt auf oder über, das kann man so oder so übersetzen. Luther, in dieser Übersetzung wird jetzt über, man kann auch aufsagen. Hebe dein Angesicht auf uns oder über uns oder über dich. Was heißt das denn? Ein Blick eines Angesichts, das liebevoll sich über jemanden erhebt oder beugt. Das ist wie über kleine Kinder. Der große, liebevolle Blick ist das, der alles überblickt, der alles im Blick hat, der alles vorausschaut, der weiß, was passieren wird, der dafür sorgt, dass das, was dann auch geschieht, zielführend ist, der also seine Kinder tatsächlich auch zum Ziel führt, der auch die Umwege mit einkalkuliert. Das ist ein Blick der absoluten Fürsorge. Und der erhebt sich natürlich, weil er das Ganze, das große Ganze, den großen roten Faden, der für all unser Leben gilt, immer im Blick behält. Ja, und dann? Und das ist damit verbunden, dass er jetzt uns Frieden schenkt. Ja, erst mal das Wort schenken ist ganz klar. Ja, das ist ganz deutlich, dass das, was Frieden heißt, nicht ein Anspruch ist, den wir haben können, durch irgendetwas, was wir leisten. Das ist auch kein Recht, dass wir darauf hätten. Es ist also absolut unverfügbar und unverdient und ist immer ein freies Geschenk. Aber was ist Friede? Friede, das ist für die Juden ein unglaublich wesentliches Wort. Shalom, das ist immer auch in ihrem Gruß, der Frieden sei mit dir. Shalom. Es ist die höchste Erfüllung aller Sehnsüchte. Es ist der Inbegriff einer wirklichen inneren und äußeren wahren Heimat. Es ist Ausdruck und Empfindung totalster Geborgenheit, in der es keine Not mehr gibt, keine Gefahr mehr gibt, keine Bedrohung mehr gibt, in der man keine Angst mehr haben muss, in der kein Schmerz mehr ist, kein Hass mehr, keine Tränen mehr geweint werden müssen. Friede, das ist alles ein wahrer Friede und der als einziger wirklich Friede genannt werden kann. Friede ist entweder Friede oder er ist nicht Friede. Es gibt keinen falschen Frieden. Das ist kein Friede. Es gibt auch keinen göttlichen Frieden und einen anderen ungöttlichen ebenfalls Frieden. Es gibt keinen satanischen Frieden, der Friede genannt werden kann. Es gibt nur Friede oder Nicht-Friede. Und deshalb ist es auch unsinnig, bei diesem Segen von seinem Frieden zu reden. Er gebe dir seinen Frieden, als ob Gott einen Frieden, der nur seiner ist, geben würde. Und dann gibt es auch noch ein paar andere. Gibt es nicht. Gott gibt uns Frieden. Das ist sein Segen. Und wenn er uns den nicht gibt, gibt es keinen anderen. Also das Wort Friede ist so unendlich heilig in sich, dass es nur Friede genannt werden kann. Ja, der Friede Gottes, das Angesicht Gottes. Kennen wir das Angesicht Gottes eigentlich? Ja, wir kennen dieses Angesicht. Dieses Angesicht hat sogar einen Namen. Jesus. Das ist der Neue, der menschliche Name. Und mit Jesus hat sich Gott jetzt endgültig ein Gesicht gegeben. Ein Angesicht so voller Güte und Liebe, wie es überhaupt nicht beschreibbar ist. Jesus ist genau das, was wir von Gott erleben können. Er ist sozusagen die Schnittstelle zu seinem innersten Wesen. Und im Aaronitischen Segen, ja, da segnet eigentlich Christus selbst durch denjenigen, der vermittelt diesen Segen ausspricht. Er ist in diesem Segen wirksam. Ich erlebe das jedes Mal, wenn ich ihn sagen darf, weil es ist nicht ein Segen, der von mir kommen kann. Es ist ein Segen von ihm. Und dieser Segen selber ist Realität. Er ist so unendlich wahr. Weil er wartet nur darauf, dass dieser Segen wirksam werden kann. Und er wird natürlich ganz besonders wirksam, wenn wir ihn annehmen. Also, nehmen auch sie diesen Segen an. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020